Hey Leute, wir sind die Lochis und das ist unser 20.000 Abonnenten-Special. Davor müsst ihr noch ganz kurz wissen, nächste Woche oder beziehungsweise in ein paar Tagen kommt eine weitere Songparodie von dem Lied I Follow With Us. Also ihr müsst noch ein bisschen warten, aber es kommt wieder eine Songparodie, ganz sicher. Ja, es ist jetzt nicht so weit, wir haben die 20.000 Abonnenten-Marke geknackt und ich glaube jetzt mittlerweile ist es sogar 21.000. Und wir haben die 10.000 Gefällt mir in Facebook geknackt und auch die 3.000 Abonnenten bei unserem zweiten Kanal. Also ein riesen Dank an euch, dass ich uns auch dabei immer, also auch an die, die, auch einen großen Dank, vor allem jetzt an die, die uns jetzt schon ziemlich lange abonniert haben und dass sie uns ja auch immer treu geblieben sind und nicht die Abo beendet haben. Und ja, deswegen haben wir für euch sozusagen, ja, eins beziehungsweise zwei Geschenke für euch vorbereitet, wenn man das Geschenke nennen darf. Und das erste Geschenk ist, ja, unsere eigene Website www.dielochis.de, aber mit komplett neuem Design. Ja, genau, also, ähm, wie gesagt, die Webseite ist im Allgemeinen ganz neu designt, viel besser, viel übersichtlicher vor allem. Ähm, sieht auch von mir aus oder von ihm aus gesehen viel besser aus. Ein riesen Dank auch, ein riesen Dank auch an unseren Designer. Ähm, hier ist ein Link zu ihm oder in der Infobox auch. Und dann Patrick. Und der Patrick natürlich, er hat jetzt, glaube ich, keinen YouTube-Kanal, aber, äh, Patrick, du weißt, dass, vielen Dank an dich. Und, ähm, ja, außerdem gibt's halt ganzes eigenes Forum, wo ihr auch chatten könnt, da müsst ihr euch so anmelden. Und da könnt ihr euch dann auch über alles austauschen, ist auch ziemlich cool eigentlich, würde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, hier ist irgendwo jetzt ein Video eingeblendet, dort wird nochmal alles... über Roman sein Gesicht, mal wieder, hallo, nein, nein, irgendwo hier, da wird nochmal alles, ähm, erklärt, ähm, ja, also nochmal ausführlicher erklärt, nochmal alles gezeigt. Wenn ihr jetzt nicht so lange warten wollt und euch das Video anschauen wollt, dann geht einfach direkt auf www.dielochis.de oder auf unser Forum www.dielochis.de. Ja, und das zweite Geschenk, ähm, ist, ja, eine, eine CD mit allen unseren Liedern, die wir jetzt schon gemacht haben, also unsere ganzen Songparodien und unsere Songübersetzungen, das ist dieses CD hier, und, ähm, unsere, und natürlich auch unsere beiden eigenen Lieder drauf. Und, ja, die verlosen wir, ähm, an insgesamt fünf Leute verlosen wir die, ähm, ihr müsst jetzt nur in die Kommentare schreiben, euren Grund, warum ihr um die CD haben wollt, oder einfach mal einen coolen Kommentar. Und, ja, wir verlosen, äh, wir verlosen, ja, dann die fünf CDs an die besten Kommentare. Ähm, natürlich müsst ihr auch Abonnent von uns sein. Also, aber ganz kurz, aber ihr müsst einmal uns abonniert haben, dann noch, also diesen Kommentar, ähm, geschrieben haben, warum ihr denn die CD haben solltet. Ja, das war's. Ja, das war's eigentlich. Und, ja, ansonsten war's jetzt wohl 27.000 Abonnenten, zum Beispiel, wie schon gesagt, yeah, ähm, in ein paar Tagen kommt dann unsere Einfollower-Wilbers-Parody. Ähm, ansonsten, ja, freut, äh, freut uns natürlich, äh, nochmal richtig, dass wir jetzt 20.000 Abonnenten gepackt haben und, ähm, auch nochmal einen ganz großen Deck an, ähm, alle die uns jetzt so kräftig unterstützt haben über die längere Zeit. Und, äh, ich denke, dass wir auch, äh, wenn ihr so weitermacht, dass es auch immer, äh, Steine im Pack aufgeht. Zumindest hoffen wir das mal, wenn ihr so weitermacht. Weil diese starke Community, die unterstützt und beziehungsweise die motiviert, es auch noch mehr Videos zu machen. Ansonsten war's das von uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Die Lobens. Die Lobens.